Die sagen, das ist der Beginn vom Frühling, aber das nennen die Kurden nevros, auf türkisch nevros. Das ist dieser Tag, wo der kurdische Widerstand angefangen ist. Damals, wo jetzt Irak ist, gab es einen König, der jeden Tag einen Kurde getötet hat, einfach so. Und da gab es einen Eisenhower, der hieß Kava, und die Soldaten vom König kamen zu dem und haben gesagt, dass der König seinen Sohn will. Und der hat das akzeptiert und hat gesagt, dass der zum König geht. Und ist er dann selber hingegangen. Und vor allem vor seinen Soldaten hat er den König getötet, der Kava. Und das ist dieser Tag, wo heute nevros ist, dieser Tag des Widerstands von Kurden, wo die Kurden dann gegen den König, gegen den Regierenden gekämpft haben. So, ich habe mir jetzt ein Ziel gesetzt. Ich habe das gerade gesehen. Ich will auch da hoch. Ich glaube, da kann man ziemlich coole Bilder machen. Und das ist auch eine Perspektive, aus der ich diese Straße hier noch nie gesehen habe. Und ich habe hier, glaube ich, an jedem einzelnen Tor, das es hier gibt, Fußball gespielt früher. Und wurde, glaube ich, auch an jedem einzelnen Tor schon weggeschickt von den Nachbarn, weil wir zu laut waren damals. Also es ist eine Spielstraße, muss man dazu sagen. Ja, und aus der Perspektive wäre mal was Neues. Es ist ein toller Stadtteil. Wie gesagt, es ist wunderbunt. Es ist mitten in der Stadt, mit tollen Aktionen, schönen Viert- und schönen Nachbarschaften. Und die Menschen machen immer den Unterschied in der Stadt. Ich bin dabei. Ich finde es auf jeden Fall ziemlich cool, das Ganze hier mit den Kindern zusammen zu gestalten. War ein bisschen hektisch heute, ja. Aber das ist schulintern. Kann passieren, weil in letzter Sekunde müssen die fertig gemacht werden. Und dann natürlich von hier wieder rüberschleppen. Da war ein bisschen Regen, muss man hier einpacken. Das macht da ein bisschen Stress. Aber ansonsten ist das eine gute Aktion hier. Und wie gesagt, gerne unterstützen wir das hier. Wie ist das mit den Ideen? Kamen die Ideen von den Kindern selber, oder? Die Gestaltungsideen, ja. Der Hampelmann, das war natürlich die Vorgabe des Künstlers als Grundidee. Da war also die Überlegung. Wir sind vielleicht auch Hampelmänner gegenüber der Gesellschaft. Und das kann man natürlich dann vermitteln und auch haben. Wobei das natürlich jetzt im Nachhinein ein wenig das dann sehen kann, dass man das aufarbeitet und guckbar an, was macht das mit uns, wie reagiert das Ganze dann? Ja. So, wir sind jetzt hier oben, bei der Kephadiashof. Und ich bin ein bisschen aufgeregt. Wir haben hier die ganzen Hampelmänner. Da vorne ist ein Filmkollege. Und was sagst du zu der Aktion hier von Ueckes? Wirklich, von Ueckes? Ja, das sah ganz gut aus. Wo ich den zum ersten Mal gesehen habe, hat mir wirklich viel gefallen. Das habe ich noch später im Zeitpunkt gesehen. Ich hab's nach unten in die Stadt, ich hab das Gefühl. Ich hab's vor, in die Sendung gesehen. Vielen Dank.